Darf man wissen, wer du bist? Ich bin Tan Chi. Wolltest du den Mann töten? Nein, ich suche meinen Todfeind. Und wer ist das? Man nennt ihn Ghostly Face. Ich muss Tang finden. Er wird für diesen Überfall bezahlen. Geh bitte nicht. Warum nicht? Wer ist Ghostly Face? Kämpft er auf der Seite der tollkühnen Prinzessin Hua? Oder wird er sie zerschmettern wie seine Feinde? Anni! Anni! Das Geißgesicht der roten Dschunke. Die neue Sensation aus China. Ein Leckerbissen für alle Freunde des spannungsgeladenen Actionfilms. Der Kampf der Karate-Giganten beginnt. Ein Kampf auf Leben und Tod. Ein Duell voller Härte und artistischem Geschick. Die Blumen, die Prinzessin Hua verteilt, sind absolut tödlich. Das Geißgesicht der roten Dschunke führt eine erbarmungslose Schlacht gegen eine einzelne Frau. Wird Prinzessin Hua dieser Übermacht widerstehen können? Das Geißgesicht der roten Dschunke. Ein Film wie ein Karate-Schlag. Der roten Dschunke. Demnächst in diesem Theater. Der roten Dschunke.